Hallo und ja genau Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jail Dweck heute wie ihr glaub ich äh sieht Auto mit Sirenen sind wir ein Polizist kein Feuerwehrmann Polizist und äh da sind auch unser erster Mobilitäter und äh Sirenen ok die Arena geht nicht an stehenbleiben und sei Admiral also ab 0 stehenbleiben und nicht den Berg überfahren nach Sirenen nö geht nicht ok ohne Sirene diesmal wir schreien einfach mal er bleibt jetzt stehen ja ich brauche Verstärkung Scheiße hätten Waffe werden sterben doch nicht wer sind die besten Polizisten der Welt okay okay ein bankgefahren müssen wir polizei stopp das war sehr professionell wir sind einfach einfach vom museum rausgekickt worden oder kann die polizei nicht ins museum rein polizei ja kann sie nicht dann warten wir einfach hier habe ich mehr wenn euch dieses Romat gefällt, wo ich Roblox spiele, lasst ein Like da, ein Abo würde mich sehr freuen wenn nicht, dann schreibt einen Kommentar, spiel Wallstars oder spiel wieder Wormax.io oder spiel irgendetwas anderes, keine Ahnung oder es ist einfach nicht so gut und ich habe keine Ahnung, was ich machen soll naja doch, das ist eben Stopp, Assen ja, ich habe 1200 bekommen als Polizist, ja okay, ich glaube, wir sind jetzt erfolgreicher als letztes Mal ja, 1650 glaube ich und das andere Mal haben wir nur 1.500 und mein Auto ist weg ne, mein Auto ist ja auch nicht dann laufen wir einfach mal mit dem Kommer ja wenn ich irgendwelche Probleme habe, ich bin nicht zu leise, man hört irgendwas nicht es ist zu dunkel, man sieht nichts da müsste bestimmt die Bildschirmherrlichkeit, äh, äh, äh das ist ja natürlich nicht gut ähm, ja wir bleiben doch da ah, jetzt geht's Polizei mit Sirene dieses Mal da bist du politisch der Welt haben Autos Hamburg und ich hui das war sehr erfolgreich und ich glaube, ich sollte gehen also, dann sterbe ich da noch ja, ich sterbe daran ja, ich sterbe ok, ich habe gerade gesehen, da ist jemand, aber ich sterbe bei 100% das war ein schnelles Auto, das hat, äh glaube ich kostet 500.000 oder 200.000 und wenn er, äh, so einen Autor hat, dann sollte er, glaube ich, auch ein gutes, äh, gut zu wachsen haben Serena aus ich glaube, er sollte die anhalten, da sieht man mehr ja, das war, äh, habe ich, äh, sehr gut die Kurve genommen sehr gut das Video wird eigentlich, äh, glaube ich, etwas kürzer sein als das andere ja ich gehe mal zum ja, Jovili, ja, Jovili, ja, passt doch so was wollte ich von mir so, wir sind da wir müssen uns warten ne, doch nicht, wir können einfach alles reinkrabbeln aber wie wir sterben, bestimmt nur an den na, okay, können doch nicht reinklappen, wir müssen nach oben wieso, gehe ich nicht in den Helikopter das ist auch nicht wirklich gut oh wow, sind die zehn Stunden also ist mir jetzt mitternacht mitternacht das ist jetzt gar kein hä, was ist das okay okay das ist zu das ist auch so das ist auch so das ist auch so ja, ja, wir sind weg das war wirklich dumm das war wirklich dumm das war wirklich dumm das, äh, ja das, äh, war wirklich so und, äh, ja, ich glaube an dieser Stelle würde ich auch das, äh, heutige Video wenden wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da guckt bei meinem kommenden Kanal vorbei wenn euch da sowas gefällt wir sehen uns Tschüssi